Wenn eine Tauchpumpe gewartet werden muss oder verstopft ist, erfordert die Aufgabe ein Team von spezialisierten Arbeitern und Geräten und ist mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko verbunden. Sicherheitsbarrieren müssen aufgestellt, die Tauchpumpe mit einem Kran an die Oberfläche gehoben und zur Reparatur in die Werkstatt gebracht werden. Das ist aufwendig und kostspielig. Anstelle einer Tauchpumpe können oberirdische, selbst ansaugende Pumpen verwendet werden. Dadurch müssen keine Kräne eingesetzt, keine zusätzlichen Genehmigungen eingeholt und keine Nassschächte geöffnet werden. Bei oberirdischen, selbst ansaugenden Pumpen von Gorman Rupp sind nur ein Bediener, zwei Schraubenschlüssel und zehn Minuten erforderlich, um Verstopfungen zu beseitigen, Wartungsarbeiten durchzuführen und das Spiel der Verschleißplatte für einen optimalen Wirkungsgrad einzustellen. Die oberirdischen Einhausungen sind so konzipiert, dass sie sich in ihre Umgebung einfügen und Geräusche nicht nach außen dringen lassen. Im Laufe der Nutzung überschreiten die Betriebskosten einer Pumpstation allmählich die ursprünglichen Baukosten. Leicht zugängliche und einfach zu wartende Pumpen minimieren die Betriebskosten über die Lebensdauer einer Pumpstation. Die selbst ansaugenden Varianten sind für die Bediener einfacher und sicherer zu warten und bedeuten weniger Zeit und Arbeitsaufwand. Daraus folgt eine höhere Wirtschaftlichkeit für die Anlagenbetreiber.